Information zum Interregio 13 nach Zürich Hauptbahnhof. Der Interregio 13 nach Zürich Flughafen, Zürich-Ödikon, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt um 15 Uhr 24, wird ca. 13 Minuten später abfahren. Grund dafür sind Personen in Gleichnähe. Reise nach Zürich Flughafen, Zürich Hauptbahnhof, benutzen den Intercity 8 nach Brieg, Abfahrt um 15 Uhr 31, bleiben wir.